Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 4. März 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Was meine ich damit? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben. Die setzen das als Ziel. Die lassen sich auch nicht davon ablenken, sondern sie bleiben konzentriert. Und sie erreichen auch ihre Ziele, weil sie glauben fest daran. Diese Menschen sind außergewöhnlich mit großem Erfolg. Sie leben ihren Träumen. Wir haben alle die Möglichkeit, unsere Visionen, unsere Träume zu verwirklichen. Natürlich soll das realistisch sein. Und es gibt Tage, wo wir ganz nah sind. Wo wir daran wirklich glauben auch. Weil wir haben das Gefühl, ja, es geht bald zum Erfüllung. Und es gibt auch Tage, wo wir aufgeben. Weil wir sagen, oh, das ist so unerreichbar. Und man schämt sich auch ein Träumer zu sein. Und es gibt wieder Tagen, wie die heutigen Tag auch, wo sehr entscheidend ist. Weil hier treffen wir Entscheidungen. Es muss vielleicht noch nicht in Tat umgesetzt werden. Aber die Einstellung. In solchen Tagen, wie die heutige entscheidenden Tag, entscheiden wir uns, glauben wir weiterhin daran, unsere Träume zu erreichen, unsere Wünsche zu erreichen. Oder werft uns etwas zurück. Die Gefahr ist da, dass wir das zurückwerfen. Warum? Weil wir fangen an zum Zweifeln daran. Oder wir haben Einflüsse von außen. Gespräche. Und wir lassen uns beeinflussen. Und anderen sagen, ah ja, träum nicht so viel. Oder bewahre diese Arbeit. Das ist deine Sicherheit. Und was du vorhast, das ist so ein Quatsch. Oder anderen sagen, ja, du glaubst, dass er zurückkommt, dass diese Liebe zur Erfüllung geht. Der hat doch lange nicht geschrieben. Was träumst du vor dich hin? Und in dem Moment sind die entscheidenden Momente, weil dieser Traum platzt auf einmal. Werft uns zurück. Weil wir aufgeben. Und genau in solchen Tagen, wie die heutigen Schicksalsdaten, dürfen wir nicht aufgeben. Sonst erreichen wir nicht unsere Ziele. Also wichtig ist, auf unsere Träume, auf unsere Vision glauben. Fest daran glauben. Und nicht aufgeben. Und auch nicht ablenken. Oder ablenken lassen. Und auch nicht zweifeln. Jetzt schauen wir an, welche Einflüsse kommen von Sternen. Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Fische und steht in Konjunktion zu Neptun. Und Neptun ist der Planet der Träume und die Visionen. Bei Neptun ist aber alles so undurchschaubar, sehr mystisch. Natürlich kann das bedeuten, dass wir haben gerade einen wichtigen Traum bekommen. Und dieser Traum hilft uns, Klarheit zu bekommen. Die Klarheit ist die Sonne und der Traum ist Neptun-Energie. Wenn Sie Fragen haben über Träume, ich kann sehr gut Träume deuten. Und ich mache das mit Leidenschaft. Also schreiben Sie mir Ihren Traum und ich deute Ihre Träume. Natürlich hier muss auch unterscheiden, um welchem Traum das handelt. Weil unser Gehirn bearbeitet die täglichen Einflüsse im Schlaf. Und diese Träume haben nichts zum Sagen. Aber durch Träume kommen noch wichtige Botschaften. Das ist die Neptun-Energie, die Neptun-Einfluss. Und diese Träume kann man entziffern, weil wir erhalten wichtige Botschaften. Weil das ist die Sprache, die Seele. Und kommen durch Bilder, durch die Neptun-Einfluss bildhaft in unserem unbewussten Zustand. Durch Traumbilder, unserem Bewusstsein. Da kann man lesen wie ein Märchenbuch. Also Neptun steht in Verbindung zu Sonne. Das sind die Träume, die Visionen. Und es kommt ins Licht. Und heute ist entscheidend, weil wir neigen dazu, gerade in einem Schicksalstag, anfangen daran zum Zweifeln. Manchmal kommen die Einflüsse dieser Gespräche von anderen. Aber das erreicht auch, dass wir plötzlich Zweifeln und Aufgeben. Also diese Verbindung Neptun und Sonne ist gerade in Tierkreis zeichnen Fischen. Und bekommt ein Einfluss auch die Sonne, auch diese Neptun-Bewegung von Sternachenal. Dieser Sternachenal befindet sich im Sternbild Fluss Eridanus. Und übersetzt heißt das das Ende des Flusses. Und was ist das Ende des Flusses, unseren Zielen? Aber wie kommen wir zu diesem Ziel? Marschieren wir durch die Bergen? Oder lassen wir das einfach fließen? Der Fluss Eridanus sagt die Antwort. Das ist das Fluss. Das Fluss des Lebens. Das ist auch die Bewegung. Also lassen wir uns inspirieren und glauben an unsere Träume, weil das kommt gerade im Fluss. Und sehen wir das Ende des Flusses. Und das bedeutet unsere Ziele. Wir sollen Ziele haben in unserem Leben, weil das macht alles lebendig. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreis zeichnen Jungfrau. Momentan hat kein Einfluss von anderen Planeten, aber die Mondbewegung, ja. Mond bewegt sich zur Zeit in Tierkreis zeichnen Waage. Er hat eine abnehmende Mondphase und bekommt einen Einfluss von Windermeatrix. Diesem Stern Windermeatrix ist die Lebensfreude, die Fruchtbarkeit. Das ist die Weinleserin. Steht mit Weingott in Verbindung. Also ein Fest, die Fröhlichkeit, die Fruchtbarkeit, die Ernte. Etwas trägt Früchte. Was trägt gerade Früchte? Unsere Träume wird Wirklichkeit. Wenn wir daran glauben und wenn wir das nicht aufgeben. Saphir beeinflusst auch die heutigen Mondbewegung. Saphir ist ein Edelstein und so wirkt auch, bringt auch Glück. Und diese Saphir, das sind zwei Schwestern. Diese beiden Schwestern heißen Carmenta und Carmentis. Und beide zusammen bilden diesen Stern Saphir. Al-Ghorab beeinflusst auch die heutige Mondbewegung. Al-Ghorab ist der Rabe und das hat immer mit Lügen etwas zu tun. Also es kann passieren, im heutigen Tag, dass wir eine Information erhalten und das entspricht nicht die Wahrheit. Das vermittelt Al-Ghorab. Natürlich Sonne und Neptun hat nicht nur mit Träumen und Visionen etwas zu tun, sondern kann auch ein Hinweis sein, dass etwas undurchschaubar ist. Und wir möchten aber sehen, wir möchten die Wahrheit wissen. Also das hat heute mit der Wahrheitssuche etwas zu tun. Diese Sonne-Neptun-Verbindung und dazu auch Al-Ghorab, was ein Hinweis ist, wir sollen in Wahrheit bleiben. Seginus beeinflusst auch die heutige Mondbewegung und das ist die Bärenhüter. Ein Stern von Sternbild Bärenhüter. Also bewacht, behütet etwas. Also wir haben auch Schutz im heutigen Tag. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreizeichnen Fischen in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreizeichnen Jungfrau in Westhorizont unter. Natürlich bedeutet das gerade etwas für die Fischengeboren. Sie möchten sich wahrgenommen werden oder bringen sie etwas ins Licht, so wie ein Sonnenaufgang. Also machen sie sich sichtbar oder das, was sie gerade vorhaben. Natürlich ist hier auch wichtig die Träume, die Visionen. Die Fischengeborenen neigen auch dazu, anfangen zum Zweifeln, aber im Vertrauen bleiben, weil dadurch kommt etwas im Fluss. Eine Nachricht, was die Liebe betrifft, nähert sich etwas. Es trifft vielleicht nicht den heutigen Tag, aber nähert sich etwas und das hat mit Liebepartnerschaft etwas zu tun. Die Tierkreizeichnen, wie der Geborenen, haben das Gefühl momentan, es geht nichts voran. Wie können sie das verbessern, wenn sie in innerer Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleiben, weil daran liegt die Kraft und dann kommt auch die Begeisterung, kommt auch etwas in Bewegung. Die Tierkreizeichnen, Stiergeborenen ist wichtig, die Werte, die Wertschätzungen und die Finanzen. Aber nicht nur die Finanzen bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung, sondern die haben auch Glück in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreizeichnen, Zwillingsgeborenen, haben die Leidigkeit und die Begeisterung. Sie haben auch die Motivation, aktiv zu werden und etwas in Bewegung setzen. Aber sie sollen auf die Kraft achten, weil das kann zu viel sein. Und dann fühlen sie sich erschöpft, müde, kraftlos. Also überlegen, in welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Die Tierkreizeichnen, Krebsgeborenen, sind auch etwas unsicher im heutigen Tag. Und gerade bei diesem Schicksalstag sollen wir diese Unsicherheit überwinden. Weil daran liegt die ganze Geheimnis, weitermachen, weiter an unserem Ziele glauben. Also wichtig ist für die Krebsgeborenen auch, dass sie auf ihre schöpferische Kraft, auf ihre Ideen vertrauen, weil das können sie auch umsetzen. Also bitte nicht zweifeln daran. Ein guter Nachricht ist auch zum Erwarten. Oder in die Liebepartnerschaft ist auch eine schöne Zeit bei die Krebsgeborenen. Die Tierkreizeichnen, Löwengeborenen, sind begeistert und sie haben mehr Klarheit, Besonderes, was die Berufung betrifft. Und sie treffen auch in der nächsten Zeit wichtige Entscheidungen, weil sie möchten etwas beruflich verbessern. Die Tierkreizeichnen, Jungfrau geboren, ist ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft. Es kann sein, dass alten, verletzten Gefühlen hochkommen und das verunsichert die Jungfrau geborenen. Oder sie warten, bis eine Nachricht kommt oder wie das Gefühl kommt. Also die warten auf etwas, ist aber nicht die richtige Einstellung, weil sie sollen aktiv sein. Auf anderen zugehen, Gefühle zeigen, Gespräche suchen. So kommt es in Harmonie. Bei Tierkreizeichnen, Wagengeborenen bewegt sich einiges. Sie haben auch die Kraft und die Mut, etwas zu verbessern in ihrem Leben. Was die Liebepartnerschaft betrifft oder die Gefühle betrifft, da sind die Wagengeborenen etwas unsicher. Und genau diese Unsicherheit sollen sie überwinden. Auf ihren Sehnsüchten achten. Weil daran liegt die Wahrheit. Die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume sagt auch die Wahrheit. Und daran sollen wir alle glauben, aber besonders die Wagengeborenen bezüglich Gefühlen oder Liebepartnerschaft. Also nicht aufgeben, auch nicht beeinflussen lassen, sondern auf die Gefühle achten, intuitiv sein. So die Entscheidungen treffen. Die Tierkreizeichnen, Skorpiongeborenen, haben Glück in die Liebepartnerschaft. Ich glaube, die Skorpiongeborenen zweifeln gerade nicht. Die bekommen auch die Bestätigung. Kommt auch alles im Fluss. Die Tierkreizeichnen, Schützengeborenen, verspüren die Leidigkeit. Sie haben auch Kraft und Mut. Das Problem liegt gerade bei den Schützengeborenen. Sie können momentan andere davon nicht überzeugen. Aber trotzdem bleiben sie in Kraft und treffen sie selbst die Entscheidungen. Lassen sie nicht verunsichern, gerade durch Gespräche. Die Tierkreizeichnen, Steinbockgeborenen, spüren auch diese Sehnsüchte und Träume und Visionen. Dazu die Steinbockgeborenen sind zu bodenständig. Aber die Lärmaufgabe ist gerade daran, diese Träume vertrauen, diese Sehnsüchte zu vertrauen und als Ziel setzen. Und so erreichen sie auch ihre Ziele. Und daran liegt auch die Stärke bei den Steinbockgeborenen. Und das verspricht gerade auch Erfolg. Bei den Tierkreizeichnen Wassermanngeboren ist die Leidigkeit da. Sie sind auch wahrgenommen. Sie haben gerade Erfolg. Aber nicht verspielen, sondern wirklich weiterhin an ihren Zielen glauben, damit es auch in Bewegung kommt. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und das war Jesus. Ich bin auch inuras lateren. Ich bin aber nicht daran, dass es für das Zielen geht.